Wir sind jetzt durch. Doch, ich hab eins übrig, ich hab eins übrig. Das tut nicht, Alter! Hast du nicht, Mann! Hör auf jetzt, Alter! Gehen wir dich auf den Nerven! Guck mal, ich hab 6 Kills, lass mich die Runde doch einfach, bitte gewinnen! Das werde ich jetzt auch gleich einsetzen, wenn du die nächsten gegen... Ach, guck mal, da ist er! Heute Abend Livestream! Kommt unbedingt vorbei! Ja, ha, ha, ha! Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video in diesem wunder-, wunderbaren Tage. Was ist denn, Digga? Digga, was machst du denn jetzt schon wieder? Ich sag's, wir wollten einfach so zocken. Äh, ich hab dir gesagt, wir nehmen auf, Bruder, also entschuldigung. Digga, kannst du mal aufhören mit diesem Schatz? Ich sag's dir, wenn du hier trollst oder so, ich hab keinen Bock. Spann dich, hab ich gesagt, ich werd dich nicht trollen. Lieber Philipp, ich würde heute, jetzt beruhig dich erst mal, ich würde heute gerne mit dir eine Runde, wenn ich du wäre, spielen, ja? Wenn ich du wäre, wäre ich Gewinnzeit! Ach nee, das geht ja gar nicht. Du musst erst mal Gewinnzeit! Alles klar, Bruder, muss los! Ich würde sagen, Leute, Philipp, die Regeln sind relativ einfach. Wenn ich sage, wenn ich du wäre, musst du das machen, was ich sage. Wenn du sagst, wenn ich du wäre, muss ich das machen, was du sagst. Das Ganze bezieht sich nur auf Fortnite. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Philipp, wenn ich du wäre, würde ich jetzt rausgehen und mir selber den Fuß abschneiden, dann musst du das nicht machen, weil das ist halt nicht in Fortnite. Okay. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du, Philipp, wenn ich du wäre, würde ich jetzt nach vorne runterspringen, dann musst du das leider Gottes machen. Und war das, wenn derjenige das nicht macht? Dann gibt's Strafpunkte. Dann gibt's Strafpunkte. Doppeltes, wenn ich du wäre, reingekommen. Ach du Scheiße. Wir wechseln uns natürlich immer wieder zusammen ab. Und wir fangen natürlich ganz gemächlich an. Viele von euch haben es erst gewünscht, Leute. Nach dem letzten Rage-Crit mit Tobi, dessen PC unter anderem momentan komplett im Eimer ist. Grüße gehen raus. Ein fettes Ripp an dich. Ähm, hab ich mir überlegt, dass wir das mit Standards geht auch mal machen könnten. Okay, pass auf. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt in die Tonhalle fliegen und ein Tor machen. Unnötig, aber okay. Und du darfst keine Waffen aufsammeln, ne? Äh, Moment mal, Moment mal. Aber die Regeln besagen, du kannst jetzt nicht noch irgendwas hinten dranhängen. Ah, okay, Digga. Philipp. Aber du musst erst mal das Tor schießen, bevor du irgendwas anderes machst. Wenn ich dich erwische, dass du irgendwie Mist baust. Guck mal, wie hart muss ich anfangen, ne? Also ich würde mir überlegen, was ich jetzt als nächstes mache. Ist das unnötig, Alter, dass du direkt mit so einem geisteskrank heftigen Ding anfängst. Hä, das ist doch nicht schlimm. Du musst ein Tor schießen. Und hier landet halt direkt ein Gegner neben mir. Ja, ich bin hier. Ja, du musst aber trotzdem erstmal ein Tor schießen. Ich hab schon den ersten Kill, ne? Ah, ich hab schon den ersten Kill, du Noob. Wo bist du denn, Digga? Ich hab ein Tor geschossen, ich hab ein Tor geschossen. Ja, ich gucke erst, ich gucke erst. Ich kontrolliere das. Bruder, komm rein. Ich hab's gehört, hab's gehört. Wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt erstmal schön eine Menge Kills vorbereiten, dass ich dich letztendlich finishen darf. Das heißt, du bereitest mir erstmal die Kills vor. Ich würde so sagen, drei bis vier Stück, die gönne ich mir dann erstmal, oder? Drei bis vier, okay. Hier ist einer, ne? Hier rechts ist er. So, ein Schuss ist er tot. Ein Schuss ist er tot, hallo. Okay, ganz ruhig. Der ist hier vor mir. Ja, ganz ruhig. Komm jetzt. Ja, ja, ja. Man schießt doch jetzt. Der ist einschuss tot. Ich hab nicht keine Materialien. Danke dafür, Philipp. Das tat schon mal ganz gut. Das war schon mal lecker, mein Freund. Wenn ich du wäre... Ja, warte. Ich mach jetzt was richtig gemeines, Digga. Ja, jetzt übertreib... Was hast du für Waffen? Ach nee, Digga, komm schon. Sag mal, was du für Waffen hast. Ich hab ne graue AR, ne blaue Autopump, ein Jagdgewehr und eine grüne Pumpgun. Aber du wirst dich lügen, ne? Darf ich nicht, hab ich nicht. Okay, ne blaue Autopump war das? Ja, ne blaue Autopump hab ich. Wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt erstmal schön die blaue Autopump geben. Das ist so ein kleiner... Das ist so eine Mistgestalt. Aber ja, nimm sie dir. Sie liegt hier. Sie liegt hier an der Tankstelle. Nimm sie dir, Alter. Ja, so drei Kills hab ich gesagt, ne? Die hätte ich gerne vorbereitet. Ja, das machen wir einfach den Lauf der Runde. Das ist so easy. Ich mach jetzt nochmal weiter. Wenn ich allerdings du wäre, mein Freund, ja? Ja. Dann würde ich da für die Shotgun gar nicht erst benutzen. Also deine Tactical jetzt? Mhm. Also generell, generell jetzt einfach die Shotgun für die nächsten Kills, die jetzt kommen. Also ich benutze jetzt gar keine Shotguns mehr. Ja, für die nächsten Kills, sag ich mal. Für die nächsten drei bis vier Kills, die wir vorbereiten müssen. Bummi, Alter. Hä, warum das denn jetzt? Was soll das denn? Ja, wenn ich du wäre, würde ich jetzt erstmal da oben auf den Berg gehen und erstmal so lange tanzen, bis Leute auf dich aufmerksam werden und auf dich schießen. Macht ja gar kein... Stopp! Das interferiert mit der ersten, wenn ich du wäre, Aufgabe von mir, weil ich kann ja dann die Kills gar nicht nehmen, die du mir vorbereitest. Soweit die auf dich geschossen haben, weiß ich ja Bescheid, dass da einer kommt. Haha! Da ist schon jemand. Ja, tanz. Ich schieß hier noch in die Luft. Tanzen! Ich schieß noch in die Luft, dass die Leute das mitkriegen. Wenn ich jetzt die Headshot bekomme, ich hab Full Life, Alter. Da unten sind Gegner! Bereite sie vor, bitte! Ich könnte ihn snipen, Alter! Nein! Der erste Schieße... Ich brauche Munition! Boah, ist das dumm, Alter! Was für Munition! Ah, ja, sonst kann ich nicht die abschießen. Danke. Wir wollen nicht schießen! Komm schon, bitte, Philipp, das reicht hier! Warte mal, ich schieß die an, ich schieß die an, ich schieß die an, bis die... Ey, tanz weiter! Philipp, Mann! Junge, mir entgehen sämtliche Kills, Alter! Wenn du mir einen wegschnappst, den Kill, ne? Dann gibt's eine doppere Strafe. Ja, okay, wir müssen jetzt aufhören. Oh, Junge, Alter. Rechts dann auch welche, ne? Habt einen Schuss, habt einen Schuss! Den hab ich mir schon mal gewollt. Ja, hab ich selber vorbereitet. Ganz toll. Oh mein Gott! Ich werd voll... Lol, die schießen von irgendwo an! Von irgendwo SB! Pass auf, hier liegt in der Mitte eine Falle, also renne ich rein, du Vollbumi! Na! Also renne ich rein, du Vollbumi! Ey, das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht, oder? Das war verarschengrad! Du bist ganz schön behämmert, weißt du das? Oh mein Gott, guck doch mal, was hier für Loot liegt, Mann! Ja, wenn ich du wäre, würde ich mir erstmal den ganzen Loot können, mein Freund! Auch das Medi-Fact, was hier liegt! Digga, wo sind denn hier die Gegner? Rechts von uns, rechts von uns! Ach, die sind vor dir! Warte, 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 ich breite sie dir vor! Ich komm hier von der Seite! Warte, warte, warte! Ich mich mich nicht ein, ich mich mich nicht ein! Ja, 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 warte! Der eine... Verall dich nur! Ja, ja! Digga, du musst dir einen jetzt nur noch anschießen! Achso, bei dir ist einer, ne? Ja! Warte, ich komm mal, ich helfe dir! Ich bin down, der wird mich finishen! Oh, von hinten kommen da andere, Digga, von hinten kommen da andere! Ich hab so reingechockt, weil ich keine Double-Pump hab! Nein, ey! Deine Schwule! Ist das dein Ernst, Digga? Halt's Maul! Dafür gibt's dir erstmal ein Dreifaches, wenn nicht du wäre! Warum? Junge, du hast zwei Aufgaben nicht erledigt! Zwei Aufgaben nicht erledigt, Alter! Ja, aber das ist dumme Scheiße! Das ist mit dem Scheiß vorbereiten! Ich will euch ein Kind! Okay, 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 okay! Jetzt wirst du sehen, was du davon hast! Jetzt wirst du sehen, was du davon hast! Mach dich ready, komm! So, Philipp, wenn ich du wäre! Ja, was ist? Ja! Würde ich richtig langsam aussteigen aus dem Bus und den Fallschirm direkt öffnen und ganz langsam nach unten schweben! Nr. 1, Nr. 1, Nr. 1, mein Freund! Nr. 1, ja! Ey, ohne Spaß, du sabotierst dich! Ich denke, wir wollen eine Runde gewinnen! Folgt zugleich, mein Freund! Wenn ich du wäre, Philipp, würde ich sämtliche wirklich guten Waffen einfach mal an mich übergeben, weil ich es einfach verdient habe! Ey, das macht doch gar keinen Sinn! Du bist ein Scheißspieler! Ja, ich habe keine Waffen! Ja, gut, wenn du welche findest, weißt du, wo die hinkommen, ne? Vielleicht hatte ich ja kein Glück mehr, dass ich welche finde! So, der ist schon bei mir! Kannst du euch finishen, Philipp, kein Problem! Danke! Hab ihn gekillt, Decker! Ey, er schießt einen auf mich! Ich hab noch gar keine Waffen! LOL! Was?! Ach du, Philipp, weißt du, wenn ich du wäre, Philipp, ja? Ja? Würde ich mir eine richtig schöne Rampe bauen, einmal richtig geil in das Depot reinspringen und mich nocken lassen! Ey, wie dumm ist das, bitte! Ey, wie dumm ist das? Ey, wie dumm ist das? Da würde ich das unbedingt machen! Also wirklich! Oh, da unten sind Leute! Da unten sind Leute sogar! Ja! Bin tot, ne? Hier neben mir liegt einer! Ja, der wird mich jetzt finishen! Ey, du bist ein richtiger Experte ohne Spaß! Der wartet jetzt gleich auf mich! Ach, wenn er nicht killt, dann lache ich! Ahaha! Er finish mich! Super! Geil! Geil! Was hat das jetzt gebracht? Ach, mir eine Menge Freude eigentlich mehr nicht! Ja, super! Total geil! Macht richtig Spaß! Da hast du wieder mit dir zu zacken! Wo kommst du denn her, Alter? Okay, pass auf! Ich kann ja trotzdem machen, wenn ich du wäre, ne? Ja, aber was bringst du dir, ne? Ja, aber was bringst du dir, ne? Ne, 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 ich mach das jetzt trotzdem nicht! Das ist mir egal! Pass auf! Wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt ein Haus bauen mit einem Dach oben drauf und würde es so tun, als wenn Leute kommen, dass es meine Gäste sind und dass dein Gasthaus ist! Das ist ja mal saudumm einfach! Was kriegt das denn? Also, du musst mit den anderen Leuten reden, du musst nicht auf die schießen! Riecht nicht jetzt Hex mehr aus! Kann ich ganz kurz vielleicht den Lootjob trotzdem aufmachen? Das sieht doch cool aus! Das sieht absolut beschäftigend aus! Ja, und wann kommen jetzt deine ersten Gäste? Das kann ich dir nicht sagen! Oder denn, kannst du ja ein paar Gäste suchen! Versuch die doch mal jetzt in dein Gasthaus zu locken! Da vorne ist ein Gegner da! Ja, dann sag, hallo, sag mal hallo hier! Revis gemütliche Stube oder so, sag doch mal was für dich! Hallo, Revis gemütliche Stube hier! Jetzt wirst du dein Gasthaus still! Jetzt geh in dein Gasthaus und setz dich rein und warte auf die, bis die reinkommen! Und dann fragt, was die wollen! Da muss keiner reinkommen, Alter! Ja, dann geh hin und kill die jetzt einfach! Ich weiß, der sieht aber freundlicher aus! Hoffentlich gibt er mir einen Headshot! Oh mein Gott! Wieso hat er mir einen Headshot? Nee, der, der kommt in dein Gasthaus! Ey, der muss in dein Gasthaus kommen! Ey! Okay, Kill ihn! Dann krieg ich einen! Okay, ich hab eins plus! Digga, wir waren durch mit dem Schaden! Nein, 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 nein! Philipp, ich hab eine Stunde lang gemacht, was du wolltest, Alter! Das war Jonister gewesen! Er wollte einfach in dein Gasthaus was essen! In Revis gemütliche Backstube! Philipp, Alter, ich hasse mein Leben grad so sehr! Ich hab ein, wenn ich du bin, mehr! Hast du nicht! Doch, hab ich doch, weil du die Aufgaben nicht erfüllt hast! Hättest du das einfach ein bisschen schöner gestalten müssen! Ich hab so viel, wenn ich du wäre, mit Tobi aufgenommen, ja? Und ich hab noch nie eine Aufgabe so unglaublich perfektionistisch ausgefüllt wie gerade, Alter! Wie sieht das eklige aus? Sieht so hässlich aus! Deswegen vielleicht hast du's nicht geschafft! Ganz einfach! Ich hoffe, ich krieg jetzt einfach einen Headshot, Digga! Ich hoffe, ich krieg einen Headshot, damit ich mit dem nächsten Runde überrechnen kann! Du hast jetzt auch nichts mehr, wenn ich du wäre... Wir sind jetzt durch! Doch, ich hab eins übrig! Hast du nicht, Alter! Hast du nicht, Mann! Hör auf jetzt, Alter! Geh mir dich am Nerv! Guck mal, ich hab sechs Kills! Lass mich die Runde doch einfach bitte gewinnen! Das werde ich jetzt auch gleich einsetzen, wenn du die nächsten gegen... Ach, guck mal, da ist er! Was darf ich? So, ich werd jetzt, dass du hinter ihm hinspringst und tanzt und dann darfst du ihn killen! Einfach hinter ihm so ein bisschen tanzen, Digga! Kill ihn! Kill ihn! Oh mein Gott! Kill ihn! Ja, er hat kill ihn! Ich hasse dich so sehr, Digga! Ich hasse dich so sehr! Ich hätte ihn einfach so snipen können! Wenn ich du wäre, Philipp, würde ich jetzt jedes Mal, wenn ich sage... Höp! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn! Was ist denn das für einen Sinn?! Schön! Zehn Kniebeugen machen! Ich bin jetzt dein Personal Coach, Detlef DeSoest! Ist da, mein Freund! Auf geht's! Okay, lass mal gucken... Das soll ich, wenn du verarsche! Philipp, was soll ich sagen? Lass mal gucken, wie es läuft, würde ich sagen, ne? Wenn ich du wäre, würde ich den ganzen Loot erstmal mir hier überlassen! Freu dich! Und alles, was übrig bleibt, kannst du dann haben! Gut, verteidigen muss ich mich eh nicht, von daher... Höp! Schön zählen! Schön zählen! 6, 7, 8, 9, 10! Hier sind gar keine Waffen übrigens, ne? Hier ist einer! Drüben, drüben, drüben ist einer! Der ist drüben, ich kann nicht! Ich push den, der hat gute Positioning! Hab einen von den beiden down! Ja, warte, komm mal, komm mal, komm mal, hinter dir, hinter dir! Komm runter, komm mal, spring runter! Alles, komm hoch, komm mal! Hab beide down! Soooack! Digga, irgendwie spinnt heute mein Controller, Digga! Ich weiß nicht, warum... Ja, das hat die Playstation ganz oft, weil die einfach nicht zum Spielen ausgelegt ist! Alles klar, Digga! Nein, mein Bildschirm ist gerade... Just der Moment! Mein Bildschirm ist einfach ausgegangen! Dein Bildschirm ist ausgegangen! Haha, das waren nur PC-Spieler, dieses Problem! Hör auf! Ja? Was kannst du hier sparen, sowas? Einer push von unten? Ja, seh nicht, seh nicht, seh! Easy, Digga! Wenn ich du wärst, ist mein Loot! Hier oben ist noch einer! Ey, ey! Ey, Digga, ich hab gleich keinen Bock mehr, Digga! Die geben mir die ganze Welt one-shot! Wie geht das bitte? Ey, ich hab da noch 100 HP oder nicht? Ja, nice! Ey, guck mal, was die da bauen, guck mal, was die da bauen! Oh Gott, Ruhe, Ruhe! Das war runtergerollt! Alter! Das war grad sau-creepy! Da oben sind Leute, ne? Bei NW? Bei NW sind auch welche! Ja, zwei Hits, Digga! Drei Leute da! Drei Leute vor uns! Die sind da links, die sind da links! Die Ränder, die Ränder! Siehst du die? Einer ist hier vorne, direkt vor uns! Pass down! One-hit, one-hit, one-hit! Einer ist one-hit! Wurde vom Sturmrader fast so niedergestreckt! Ey, Digga, ich raste hier gleich aus! Ohne Spaß! Das sind Götter, Digga! Das sind Götter! Der hat schon Hits, der hat schon Hits! Oh, stark, Digga! Nice! Wir müssen übrigens schnell zu der Tone laufen, Digga! Einer hat schon Hitschot! Ey! Der eine hat auf jeden Fall einen 72er, ey! Ey! Irgendwas stimmt mit meinem Controller nicht! Dreh gleich ab, Alter! Ohne Spaß! Ich hab dich in Bock mehr! Nice! Digga, ohne Spaß, du bist ja richtig krank unterwegs! Äh, sind welchen das hier die Po drin, ne? Philipp, wenn ich du wär, würde ich mir die Kills wieder mal vorbereiten, ne? Dass ich die schönen absenken kann! Oh, Digga, dein Ernst! Dankeschön! Einer! Äh, kann ich ja nix fühlen! Der Vollidiot ist in die Gerate gerannt! Wenn ich du wär, Philipp, spielen wir den nächsten Mal rund auf PC zusammen! Ja, okay, machen wir! Okay! Wenn ich du wär, Philipp, würde ich jetzt vor dem Gegner einfach die ganze Zeit nur still stehen bleiben und ihn angucken! Willst du mich verarschen? Nö! Okay! Oh mein Gott! Was machst du da? Ich glaub, ist der Typ dich tötet! Ja, sieh dich doch gar nicht! Die Zone kommt! Hallo! Hallo! Wann darf ich jetzt hier wieder raus? Weiß ich doch nicht! Ey! Bin noch im Busch! Äh, äh! Rein in den Busch, zurück! Ich bin noch in den Busch! Ey, mach keine 31er Aktion! Wie gesagt, ich war auch 31er Aktion! Rewi, hör auf! Rewi, hör auf! Okay! Wenn ich du wäre, würde ich jetzt nur mit Spitzhack kämpfen! Das ist so dumm, Digga! Okay, komm da raus, Mann! Mein Gott, Alter! Du schreckiges... Schreckiges Kackkind! Der ist hier im Haus! Im Haus! Im Haus! Im Haus! Hinter dir! Ab ihn, du Vollbumi, Alter! Vor uns! Lass sie einfach warten, bis sie hier runterkommt, Digga! Lass sie abfangen! Digga, pass auf! Oh, Junge! Du kleiner Hund, Alter! Ich hasse dich so sehr! Okay, ich bring mich selber um, Digga! Pass auf! Geht ja nicht mehr! Ja, Leute! Du bist ein Pibion! Das war das erste Mal, dass du, wenn nicht du wäre, einen Win geschafft haben! Ist auf jeden Fall Premiere! Ich glaube, das ist der erste Du-Win! Mit 4 Kills! Echt lächerlich gespielt von dir! Ja, ich habe aber nicht serious gespielt! Genau! Wahrscheinlich hast du nicht serious gespielt! Oh, Leute! Leute! Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da! Wenn ihr mehr mit den lieben Standard-Skills sehen wollt, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei! Das war's von diesem wunderschönen Video! Lasst, wie gesagt, einen Daumen nach oben da! Macht's gut! Hauptsache, dann bis zum nächsten Mal! Auf Wiedersehen! Tschüsschen!